...organisatoren der IGA hier zugegen sind, da müssen wir jetzt besonders darauf achten, dass der Vortrag künstlerisch wertvoll ist. Wir spielen jetzt Musik von einem Mann, der war schon mal auf unserem Festival. Wir haben auch sowas ähnliches wie die IGA, aber ohne Garten. Das ist das Fireworks Festival, das machen wir jedes Jahr in einem schönen Schloss, das heißt Schloss Trebsen. Und jetzt werden die wenigsten wissen, wo Trebsen ist. Das ist neben der Weltstadt Grimma und Grimma wiederum ist neben Leipzig. Also es ist quasi von hier um die Ecke. Ihr fahrt einfach die A9 runter und dann am Kreuz Gold jetzt links weg und dann seid ihr schon fast da. Ja, vom 30. Juni bis zum 2. Juli, Fireworks Festival. 100 Musiker auf zwei Bühnen, alte Autos, Modenschauen, Tanzkurse gibt es da, Workshops für fast alles. Da sind Stylisten da, die stylen die Leute wie in den 50er Jahren. Da gehen Männer rein, die kommen raus aus Merlin in Monro, sie sind unwahrscheinlich. Also am 30. Juni bis 2. Juli, Schloss Trebsen, Fireworks Festival. In den letzten Jahren hatten wir schon viele tolle Musiker, wie zum Beispiel den jetzt folgenden. Der heißt James Hunter und seine aktuelle Band sind James Hunter 6. Dieser Song ist allerdings von einer seiner älteren Platten, der nennt sich Carina. Ja. 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 Vielen Dank.